Wo war das, Niki? Oh, vielleicht kann mir jemand helfen? Hey, das ist mein! Mein! Wo ist Mami? Oh, komm, wir suchen Mami! Ja! Mami! Mami! Mami, wo bist du? Mami, da bist du ja! Hi, Jungs! Kommt, helf mir! Okay! Was machst du, Mami? Ich baue ein dreistöckiges Haus! Die erste Etage, die zweite, die dritte! Wow, das ist wie ein riesengroßes Haus! Zeit zu bauen! Ja! Gib mir Bausteine! Niki, wir brauchen mehr Bausteine! Okay! Hi, wir brauchen mehr Bausteine! Okay! Oh, Hubschrauber, komm! Niki, komm schon! Juhu! Das ist für dich! Halte das! Super! Das Erdgeschoss ist fertig! Oh, noch nicht! Das wird ein schönes Haus! Der erste Stopp ist fertig! Oh ja! Oh! Gut gemacht! Komm schon, Niki! Es ist höher als das! Ja! Niki, hast du Blatt gesehen? Oh, da ist Blatt! Ich falle nicht! Erste Etage, fertig! Zweite Etage, fertig! Dritte Etage, nicht fertig! Komm, Niki, arbeiten! Okay! Oh ja! Komm schon, komm schon! Stopp! Oh, der dritte Stock wird der coolste! Ja! Oh, fertig! Jungs, unser Haus ist fertig! Ja! Jungs, ich komme! Ja! Ich will in die dritte Etage! Ich will in die zweite! Okay! Ich mag den zweiten Stock! Hi, Niki! Hi, Blatt! Hi, Jungs! Ich bin hier! Oh, Jungs! Wir brauchen Möbel! Ich rufe beim Möbelhaus an! Ich auch! Hallo, wir brauchen Möbel! Okay! Ok Blatt, das ist dein Zimmer Schön Vertrautes Heim, Glück allein Willkommen in mein Zimmer Ich habe einen Fernseher Ich mag mein Zimmer Jungs, Blatt, Niki, willkommen in meinem Zimmer Gefällt's euch? Ja Mir auch Schöne Aussicht, gefällt's dir? Ja Kommt, Jungs Ah Juhu Wow Komm schon Juhu Juhu Oh, meine Jungs